Willkommen zu der ersten Sendung von Iphos TV. Warum Iphos TV? Das Wort Iphos stammt aus der Quantenphysik und wurde von Wissenschaftlern und Forschern benutzt, wenn sie etwas bis dato Unbekanntes erforschten. Wir erforschen für euch das urbane Leben deiner Stadt und berichten ab jetzt monatlich über Lifestyle, Kultur und das Studentenleben in Berlin. Was würde besser passen zum urbanen Leben als Street Art. Deswegen widmen wir uns in der ersten Sendung diesem Thema und berichten aus dem Stadtbad Wedding, wo das erste Mal das Urban Art Award Festival stattfand. Musik Yves, du bist von Artak. What is Artak ? Do you have a favorite piece in this exhibition ? J'ai une pièce favorite, oui, c'est le travail du cyclope qui est en bas. Alors pourquoi ? Parce que ce sont des plots qu'on retrouve dans la ville et ça montre bien l'aspect extérieur de la création qui peut aller à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est bien un objet urbain qui devient une sculpture à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un objet urbain qui peut aller à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un objet urbain qui est un objet urbain qui est un objet. So, Guillaume, tell us a little bit about the Vector Lounge. Okay, the Vector Lounge is a live design battle that we organize with different cities in Europe. So, the concept is we have a team of graphic designers here in Berlin and there's another team of graphic designers in another city in Europe. It can be Paris, London, Copenhagen, Barcelona, whatever. And then each designer battles one by one against the designer in the other city. And this event will happen every month or ? It will happen every second month and every time with a different city. So, this year we have done Paris and Copenhagen. Next year we're going to do London, Barcelona, maybe Istanbul as well. Like we can see, the current exhibition here is about a street artist Alias, Alias von Berlin. Kannst du uns ein bisschen über ihn erzählen? Ein bisschen über Alias? Das ist schwierig, weil es viel zu sagen ist. Er war nicht in Berlin. Er kommt aus Hamburg. Er hat hier seit 10 Jahren gelebt und arbeitet. Es ist eine Geschichte zwischen Alias und der Stadt. Alias und Berlin sind sehr tief in Verbindung. Was hat dich inspiriert, um eine Exhibition über Alias oder Streetart zu machen? Für viele Menschen ist es strange, weil Streetart belongs in der Straße. Wir haben eine gute Beziehung mit Alias und verstehen uns sehr gut. Es ist etwas, was wir in der Galerie vorstellen können, nicht nur ein Stück von Papier mit einem Spray. Wie reagieren Sie den Publikum? Für viele Graffiti-Writer oder Taggäuern, weil sie es lieben. Und sie sagen, Streetart belongs in der Straße und es muss nicht hier sein sein. Der Punkt von Streetart zu einer Galerie zu bekommen, ist, dass sie es in einem anderen Umfeld verkaufen können. Girm hat uns gerade erzählt, wie schwierig es ist, Streetart in eine Galerie zu bekommen. Und jetzt kommen wir zu einem Künstler, der es sogar geschafft hat, Streetart ins Kino zu bringen. Er ist wohl der bekannteste Vertreter der Streetart-Kultur, der britische Künstler Banksy. Mit ironisch gesellschaftskritischem Graffiti tauchten seine Werke erstmals in den 90er Jahren in Großbritannien auf. Die Botschaften seiner Bilder und Installationen sind durchweg pazifistisch, antikapitalistisch und gegen das Establishment. Banksy gilt als Meister der Streetart und seine Werke sind mittlerweile auf der ganzen Welt zu finden. Von Deutschland bis Israel, Italien, Jamaika oder Kuba. Banksy ist überall. Der Film ist die Geschichte, was passiert, wenn dieser Mann versucht, ein Dokumentar über mich zu machen. Aber er war eigentlich viel mehr interessanter als ich bin. Der Film ist jetzt ein bisschen über ihn. Nun betritt Banksy künstlerisches Neuland. Doch genauso geheimnisvoll wie er selbst ist auch der Hintergrund des Dokumentationsfilms. Denn ob Realität oder brillante Verarsche, darüber ist man sich unsicher. Aber sehenswert ist er allemal. Exit through the gift shop. Und bevor ihr jetzt alle ins Kino rennt, nehmen wir euch nochmal kurz mit in den Friedrichshain. Wir befinden uns jetzt hier in der Box 32, wo eine Ausstellung des dänischen Künstlers Morten Andersen stattfindet. Morten ist den Schritt von Graffiti zu Feinart gegangen, ohne dabei die grundsätzlichen Aspekte der urbanen Kunstform zu verneinen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist mein erstes Solo-Show hier in Berlin. Natürlich ist das eine große Sache. Es ist eine andere Sache, ein Solo-Show in Berlin zu machen, als wenn es in Dänemark gemacht wird. Das habe ich auch gemacht. Aber ich bin hier, und ich lebe hier jetzt, es ist definitiv anders für mich. Die Stadt, die Leute, die Kultur und die Mentalität hier sind sehr unterschiedlich, als wenn ich in den Norden der Dänemark leben. Also, wenn ich hier produziere, dann sehen sie sehr unterschiedlich. Dann sehen sie wieder in Dänemark. Also, wenn ich in Brasilien gehe, dann sehen sie in eine andere Weise. Wie ich schon vorhin habe, wie man diese Impulse und die Stadt sensiert. Es ist definitiv eine andere Sache. Es ist eine andere Sache für mich, das ist wirklich cool, weil ich denke, das ist auch für die Zuschauer, dass sie jederzeit, wenn sie zu einem Show von mir kommen, dann sehen sie etwas Neues. Sie sehen nicht nur einen Mann, mit einem Stil und einem Set von Farben. Sie sehen immer etwas Neues. Wie würdest du deine Arbeit zu jemanden, der sie nicht sehen kann? Das ist eine sehr gute Frage. Sehr schöne Frage. Ich würde es beschreiben, wie... Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist ein bisschen wie die Musik. Wenn man hört, eine wirklich auf-beete, eine Techno-House-Musik, oder eine wirklich heavy, Hardcore-Hip-Hop, es hat wirklich viel volume, es hat wirklich eine große Sound-Scape. Und ich denke, es ist ein bisschen das gleiche, weil sie nie so relaxen sind. Und obwohl die Frames sehr klein sind, sie können immer viel volume haben, aber visuell. Ich denke, ich würde es beschreiben wie eine blinde Musik, wie eine sehr höhere Musik. Okay, Morten, dann danke für die Interview, und wir werden die Exhibition genutzt. Vielen Dank. Have fun. Thanks. Das war die erste Sendung von EFOS TV. Nun gehen wir noch mal kurz von der Street Art zum Street Sport und springen dafür zum Velodrom, wo der Extreme Playground stattfand. Dort haben sich die weltbesten Skateboard- und BMX-Profis versammelt, um das Publikum mit ihren Tricks zu begeistern. I hope you liked the show. Ich bin raus. Und nicht vergessen, EFOS deine Stadt. Who took the bomb? Every day at night Every day at night Every day at night Every day at night I can see on each side, each side They can suck your heart out of my mind I'm out of time, I'm out of fucking time I'm a gasoline god It's the best to leave my mind Wanna disco? Wanna see me disco? Let me hear you deep politicize my ride One, two, three, four, you That was too bad, ask it for Yourself will all be free I'm gonna see wheels and everything you think and everything you feel is alright, 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 alright Is it your first time in Berlin? Yeah, my first time in Berlin, but I've been in Germany several times. Okay, so are you enjoying Berlin? Yeah, it's fun. Of course, when you're winning. Yeah, but it's a little cold. You want what you want, but you don't want to be on your knees. Who does that? Who does your hair? Who beats himself? Who takes the bomb from the bomb, her lump, and love? Who takes theimp from the ram a lam a ding dong! Who takes the bomb from the bomb, a lamp a lamp? Who takes theimp from the ram a lam a ding dong! Wie liefst du den Kontest hier, den Extreme Playground? Ja, es hat immer sehr gut gemacht. Es war wirklich cool. Und jetzt bin ich super glücklich. Ja, natürlich. Und für dich persönlich, was war dein Lieblingsmove? Just skating over the rail with a car. Es war wirklich Spaß. Nicht super hart, aber es war einfach Spaß. Es war wirklich cool. Es war wirklich cool.